Internationaler Versand mit Sage 100 und zwar so, dass sie nicht im Gefängnis landen, wie ich gleich in einem Beispiel erläutern werde. Darum geht es in diesem Video. Sage 100 ist für internationalen Versand grundsätzlich geeignet. Die meisten Online-Shops auch und unsere Multi-Shop-Schnittstelle, die Sage mit Online-Shops verbindet, eben auch. Trotzdem kann es ihnen passieren, dass irgendwann die Polizei vorfährt und sie zwei Tage in Untersuchungshaft steckt. Wie das passieren konnte, erzähle ich Ihnen gleich. Anhand eines konkreten Beispiels, das einem unserer Kunden tatsächlich passiert ist. Und ich erzähle Ihnen dann auch, wie es ausgegangen ist. Wenn Sie solche Themen, jetzt nicht nur internationaler Versand, sondern generell Sage 100, Online-Shops und die Integration von Shops mit Sage 100 interessieren, dann abonnieren Sie doch den Kanal, denn dann können Sie bei den nächsten Videos benachrichtigt werden, wenn es ein neues, interessantes Video gibt. Also, internationaler Versand und wie Sie nicht ins Kitchen wandern, wenn Sie das Thema angehen. Ich möchte Ihnen fünf Punkte erläutern und dann auch ein, zwei Beispiele geben dazu, was schief gehen kann, wenn Sie die nicht beachten. Also, fünf Punkte, auf die Sie achten sollten, wenn Sie international verkaufen wollen. Punkt eins ist zunächst mal die Sprache. Klar, wenn Sie nach Frankreich liefern, dann sollten Sie idealerweise Ihren Shop auch in einer zweiten Sprache betreiben, in Französisch, denn sonst versteht das dort keiner. Auch Belgien zum Beispiel, da wird Französisch gesprochen, aber auch Flämisch und Holländisch, je nach Region. Die Schweiz zum Beispiel haben Französisch, Italienisch und Deutsch. Also, es ist sehr sinnvoll, wenn Sie ins Ausland liefern und das nicht gerade nur Österreich und vielleicht die deutschsprachige Schweiz ist, dass Sie dann den Shop mehrsprachig anlegen. Nun, Sage kann mehrsprachig, auch die meisten Shop-Systeme können mehrsprachig und auch unsere Multi-Shop-Schnittstelle unterstützt diese Mehrsprachigkeit. Aber mit der Mehrsprachigkeit kommt auch eine gewisse Verantwortung, denn Sie müssen nicht nur den Shop übersetzen. Manche Shop-Systeme gibt es vorkonfiguriert schon in mehreren Sprachen. Nein, Sie müssen nicht nur den Shop übersetzen mit allen Angaben, sondern auch zum Beispiel die Rechtstexte, die AGBs. Sie müssen Datenschutzbedingungen, alles übersetzen, also die ganzen Rahmentexte müssen übersetzt und bereitgestellt werden. Und AGBs und Datenschutz, das kommt von Ihnen. Das ist nichts, was Ihr Shop-Betreiber Ihnen zur Verfügung stellen könnte. Sie müssen dann natürlich die Inhalte übersetzen, also die Produktbeschreibung, die Produkttitel. Das geht aber dann so weit, dass Sie, je detaillierter Ihre Produktdaten vorliegen, zum Beispiel Attribute, Einzelmerkmale, Längenangaben und Ähnliches. Das muss dann auch natürlich alles übersetzt werden, bis hin zu Maßeinheiten, wie zum Beispiel Zentimeter, müssen eben Centimetre dastehen, wenn es in Französisch sein soll. Also, dieses Übersetzen, das ist nicht zu unterschätzen. Es gibt heute sehr gute Tools. Wir haben in der Multishop-Schnittstelle zum Beispiel Google Translate und DeepL implementiert. Das heißt, Sie können Ihre Texte natürlich automatisiert übersetzen. Dennoch ist Nacharbeit erforderlich und es ist eine Menge Arbeit. Also, wenn Sie international agieren wollen, wenn Sie international verkaufen wollen, überlegen Sie sich, ob das Zielland und die Sprache, die Sie dort sprechen oder in der Sie Ihre Texte übersetzen müssen, tatsächlich den Aufwand rechtfertigt. In aller Regel funktioniert das bei Ländern wie zum Beispiel Frankreich, was die zweitgrößte Wirtschaftsnation in Europa ist. Auch Italien ist sehr stark. Normalerweise sollten Sie keine Probleme haben, wenn Sie Ihre Produkte in Französisch und Italienisch übersetzen. Und dann haben Sie auch gleich die Voraussetzungen zum Beispiel, um in die Schweiz zu liefern, denn dort spricht man gerade Deutsch, Französisch und Italienisch. Worauf Sie auch achten sollten, ist, dass teilweise Datenblätter oder technische Angaben, Bedienungsanleitungen und Ähnliches natürlich auch in der jeweiligen Landessprache vorliegen müssen, denn sonst können die Kunden nichts damit anfangen. Und wir hatten ein Beispiel, da hat ein Kunde von uns Reinigungsmittel nach Frankreich geliefert. Irgendwo in der französischen Provinz, in einem Postamt, ist dann ein Paket gestürzt oder geworfen worden, man weiß das nicht so genau, und dann lief da Flüssigkeit aus. Und die haben sich das natürlich angeguckt, haben aber nicht verstanden, was in diesen Flaschen, die da ausgelaufen sind, drin war. Und dann gab es einen Feuerwehreinsatz, dann gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr, die dann möglicherweise, weil da ja Gefahrgut sein könnte, eventuell ätzende oder gesundheitsgefährdende Substanzen drin, wurde eben dieses Postamt geräumt. Es wurde entsprechend entsorgt mit Atemschutzmasken und es hat sich dann herausgestellt, naja, es war ein haushaltsüblicher Reiniger. Aber man konnte es eben nicht wissen und an der Übersetzung, beziehungsweise durch die fehlende Übersetzung, konnte man das eben nicht identifizieren. Und sowas kann eben passieren. Also denken Sie dran, es sind nicht nur Ihre Texte im Shop zu übersetzen, sondern alles, was eben mit dazu gehört. Zu den Übersetzungen gilt natürlich auch, dass Sie nicht einfach deutsches Recht in Französisch übersetzen können. Das heißt, es gibt ja in Frankreich auch rechtlich andere Grundlagen, das gilt natürlich für alle anderen Länder auch. Sie müssen also unter Umständen die Texte nicht nur in drei Sprachen, wie im Beispiel der Schweiz, übersetzen, sondern Sie müssen sie eventuell auch inhaltlich anpassen, sodass sie der entsprechenden gesetzlichen Norm entsprechen. Also Sprachen nicht zu unterschätzen. Wir unterstützen das maximal durch unsere Übersetzungsintegration, aber es ist Arbeit. Wenn wir schon bei Sprachen sind, dann sind die Länder natürlich ein Thema. Sie liefern dann ja in andere Länder. Und was heißt das? Naja, zum einen kann es sein, dass Sie Produktangaben in den Ländern anders gestalten müssen. Insbesondere, wenn Sie zum Beispiel Nahrungsmittel oder Nahrungsergänzungsmittel haben, dann müssen Sie die Angaben ganz präzise auf die jeweilige landestypische Rechtsprechung anpassen. Wir leben zwar in Europa und der Markt ist weitgehend angeglichen, also Sie können fast alles oder Sie dürfen fast alles überall hintransportieren. Das heißt aber nicht, dass Ihre deutsche Bedienungsanleitung oder Ihre deutschen Angaben für das Produkt den französischen Anforderungen genügen. Also prüfen Sie auch inhaltlich, wenn Sie in andere Länder liefern, was da passieren kann, beziehungsweise welche Angaben Sie machen müssen. Wenn Sie sowas wie Chemikalien oder zum Beispiel Reinigungsmittel oder Farben liefern, dann müssen Sie auch die jeweiligen landesspezifischen Giftnotrufzentralen informieren und die Produkte unter Umständen dort anmelden. Also auch an solche Dinge muss man denken. Nur weil in Deutschland ein Reinigungsmittel zum Beispiel zugelassen ist und weil es in Deutschland eben auch angemeldet ist, heißt das noch lange nicht, dass es dieses Produkt auch in Frankreich oder in Italien oder ähnlich einfach eingeführt werden kann, ohne dass Sie die Behörden entsprechend informieren. Auch Rückgaberecht und die Verbraucherrechte sind landestypisch unterschiedlich. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Sie ein anderes Rückgaberecht oder andere Verbraucherrechte in anderen Ländern haben. Auch da sollten Sie sich informieren, denn wenn Sie falsche Angaben in Ihrem Shop machen, im schlimmsten Fall sind die dann ungültig. Und dann gilt zum Beispiel ein Rückgaberecht unbegrenzt. Und gerade in Zeiten von Social Media, wo sich sowas rumspricht, dass man gebrauchte, teils aufgebrauchte Produkte wieder zurückgeben kann, weil da ein rechtlicher Fehler auf der Webseite ist, das kann sehr schnell zu sehr großem Schaden führen. Also achten Sie die länderspezifische Rechtsprechung, auch was Werbeaussagen, was Wirkversprechen und Ähnliches angeht, damit Sie da nicht in ein gesetzliches Problem laufen. Wenn wir bei den Produkten sind und bei den Ländern, sollten Sie auch darauf achten, dass es unter Umständen Produktbeschränkungen in bestimmten Ländern gibt. Also dass Sie bestimmte Dinge, die Sie in Deutschland verkaufen dürfen, in einem europäischen Land nicht verkaufen dürfen. Der Export ist zwar nicht beschränkt, Sie können das dorthin transportieren, aber kann durchaus sein, dass Sie das Produkt eben nicht verkaufen dürfen. Das kann zum Beispiel bei Pharmaprodukten, also bei Medikamenten sein, dass in Deutschland ein Produkt frei verkäuflich ist, in einem europäischen Land aber nicht frei verkäuflich, sondern apothekenpflichtig ist. Und dann verstoßen Sie sehr schnell gegen nationale Gesetze. Und auch da ein Beispiel, ein früherer Geschäftspartner hatte eine Niederlassung in Frankreich. Das war, weil hier die französische Grenze sehr nahe ist und im französischen Saargemünd gab es günstige Gewerbeflächen, hat er sich dort niedergelassen und hat von dort aus europaweit, sogar weltweit Produkte verkauft. Und was hat er verkauft? Naja, Nahrungsergänzungsmittel und zwar die, die hier die Muckis aufbauen. Also man kann ja ins Sportstudio gehen und trainieren oder man kann ein paar Pillen einschmeißen, dann geht es schneller mit den Muckis. Und genau solche Sachen hat er eben verkauft, Anabolika und ähnliche Sachen. Und von Frankreich aus europaweit verkauft. Das waren Produkte, die waren in Deutschland zugelassen, die waren auch in den europäischen Ländern zugelassen, auch in Frankreich zugelassen. Und irgendwann ist eine ganze Armada Polizeifahrzeuge auf den Hof gefahren, ist in die Firmenzentrale gestürmt, hat den Geschäftsführer festgenommen. Zwei Tage war er in Untersuchungshaft und hat sämtliche Computer beschlagnahmt, Festplattenkopien hergestellt, Produktproben genommen und quasi den gesamten Geschäftsverkehr untersucht. Was war passiert? Naja, Produkte, die bis vor kurzem noch in Frankreich frei verkäuflich waren, sind plötzlich unter das Medikamentengesetz gefallen. Also sprich, durften nur noch in Apotheken abgegeben werden und teilweise gar nicht mehr verkauft werden. Die französische Gesetzgebung hatte sich geändert und das war nicht mehr zulässig. Was anfangs noch zulässig war, war nicht mehr zulässig. Aber mangels ausreichender Sprachkenntnisse hat das niemand mitbekommen. Und man hat ja auch nicht die französische Presse oder die französische Gesetzgebung verfolgt, denn man hat ja nur einen französischen Standort mit Versand aus Frankreich eben genutzt. Und genau das ist dann aber zum Problem geworden. Und der Geschäftsführerkollege hat zwei Tage im Gefängnis gesessen, in Untersuchungshaft gesessen und hatte mehrere Wochen Betriebsausfall, denn das Unternehmen war quasi lahmgelegt durch diese Untersuchung. Also achten Sie darauf, wenn Sie Produkte irgendwo in irgendwelche Länder einführen, dass Sie nicht gegen nationales Recht verstoßen, denn sonst könnte es sein, dass Sie entweder in dem Land oder wenn Sie das Land betreten oder befahren, dann festgenommen werden und unter Umständen wirklich eine Weile im Kitchen verbringen. Also das wollen wir alle nicht. Deshalb achten Sie bei den Produkten auf die Zulässigkeit. Auch beim Export gibt es Beschränkungen, also nicht alle Produkte, die Sie jetzt in Deutschland kaufen oder verkaufen können und zum Beispiel in der Schweiz kaufen und verkaufen können, dürfen Sie exportieren. Also auch der Export kann beschränkt sein, zum Beispiel bei Tiernahrung ist das der Fall. Und warum macht man das? Naja, man möchte vermeiden, dass Ungeziefer, das in diesen Produkten sein kann, irgendwo die Landesgrenze überschreitet. Das gilt auch bei USA, das gilt bei Kanada, das gilt weltweit im Grunde. Das heißt, bestimmte Produkte dürfen Sie einfach nicht transportieren oder nur unter bestimmten Auflagen. Und wenn Sie es trotzdem tun und der Zoll das vielleicht durchlässt, aber das bei einer Kontrolle auffällt, können auch empfindliche Strafen drohen. Achten Sie auch jetzt gerade mit dem Krieg in der Ukraine auf die Sanktionslisten, denn viele Unternehmen im Ausland sind sanktioniert, dürfen eben nicht beliefert werden, insbesondere wenn es russische Unternehmen sind. Also wenn Sie in die Schweiz liefern und denken, alles okay, aber der Empfänger ist irgendwie russischer Staatsbürger, dann kann es durchaus sein, dass Sie gegen Sanktionslisten verstoßen. Und das kann empfindliche Bußgelder nach sich ziehen bis hin zu Geld- und Bewährungsstrafen. Das heißt, Sie könnten dafür auch theoretisch ins Gefängnis kommen. Bei einer Ersttat wahrscheinlich nicht, aber es kann empfindliche Strafen nach sich ziehen. Generell, wenn Sie exportieren, denken Sie daran, Sie müssen irgendwann auch Zölle bezahlen, also sprich Zollausfuhrerklärungen erstellen. Sie müssen entsprechende Meldungen machen. Der Empfänger muss Einfuhr, Umsatzsteuer bezahlen und Ähnliches. Also dieser grenzüberschreitende Verkehr ist auch nicht so einfach. Prüfen Sie das, insbesondere wie der Versand abgewickelt werden kann. Denn es kann sein, dass der Versand am Ende teurer ist als Ihr Produkt, weil eben diese Zollabfertigung noch im Raum steht. Wir haben ein Zollmodul, das diese Exporte erleichtert und teilweise automatisiert. Das ist aber trotzdem noch eine gewisse Arbeit. Und ein Massenversand über eine Exportgrenze hinaus, das ist in aller Regel sehr, sehr schwer zu realisieren, wenn Sie nicht entsprechende Dienstleister dazu entsprechend beauftragen. Wenn wir bei der Ländergrenze sind, kommt mein vierter Punkt für heute. Und der vierte Punkt sind die Steuern, die lieben Steuern. Sie wissen, es gibt Umsatzsteuer. Das heißt, in Deutschland müssen Verbraucher Umsatzsteuer auf die Produkte bezahlen. Das heißt, wenn Sie an Verbraucher liefern im Ausland, dann müssen auch die Umsatzsteuer bezahlen. Wenn Sie zum Beispiel nach Frankreich liefern, da gibt es 20 Prozent Umsatzsteuer. Diese 20 Prozent Umsatzsteuer muss ja irgendwie zum französischen Finanzamt. Dafür gibt es ein Verfahren, One Stop Shop nennt sich das, das OSS-Verfahren. Über das können Sie Umsatzsteuer ans deutsche Finanzamt melden und die wird dann nach Frankreich eben übertragen. Also die Mehrwertsteuer soll, und so ist die europäische Vereinbarung, die dahinter steht, in dem Land die Steuereinnahmen fließen, in dem eben der Verbrauch erfolgt. Und das geht eben über dieses OSS-Verfahren. Das eine ist, dass Sie die Mehrwertsteuer an die richtige Stelle melden und die richtige Mehrwertsteuer auch berechen. Das andere ist, dass Sie auch bei Ihrer Preiskalkulation darauf achten sollten. Wenn Sie Bruttopreise in Ihrem Shop ausweisen, also ein Produkt 20 Euro kostet, dann kann es durchaus sein, wenn Sie zum Beispiel nach Ungarn liefern, dass Sie davon 27 Prozent ans Finanzamt abführen müssen. Denn die Umsatzsteuer in Ungarn ist aktuell 27 Prozent. Sie sollten also darauf achten, wenn Sie internationalen Verkehr machen, dass, wenn Sie Produkte brutto auszeichnen, dass natürlich die Mehrwertsteuer davon abgezogen wird und dass das Ihre Marge beträchtlich schmälern kann. Mit 19 Prozent sind wir das zweit- oder drittbilligste Land, was die Steuer angeht. In den meisten Ländern liegt die Mehrwertsteuer bei 20, 21, 23, 24. Ungarn ist spitze im Moment mit 27 Prozent. Also das bitte bei Ihrer Preiskalkulation beachten, wenn Sie Bruttopreise im Shop ausweisen. Oder Sie machen es eben so, dass wenn jemand aus einem bestimmten Land bestellt, dass derjenige dann mit der jeweiligen Mehrwertsteuer bepreist wird. Also dass Sie Nettopreise in den Shop laden und je nach Lieferland wird eben dann der Preis erhöht. Das könnte auch das Problem lösen, aber wichtig daran denken. Wenn Sie international ausliefern, zum Beispiel in die USA, dann ist das ja erst mal ein Export, aber wenn Sie eine gewisse Größenordnung überschritten haben, dann müssen Sie dort die regionale VET, die Value Added Tax, also sowas wie die Mehrwertsteuer bezahlen. Und die ist in den USA sogar nach Region, also nicht mal nur nach Land, nach Staat, sondern nach Region unterschiedlich. Auch da gibt es entsprechende Anbieter, die diese Steuer dann ausrechnen, also den jeweiligen gültigen Satz. Es kann sogar sein, dass innerhalb einer Straße der Mehrwertsteuersatz wechselt. Also Sie müssen Adressen genau die Mehrwertsteuer ermitteln. Hier gibt es Anbieter, die diese Mehrwertsteuer dann ausrechnen und korrekt auch an die Finanzbehörden abführen. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in Amerika ein Steuervergehen haben, die Prüfung am Anfang ist sehr lax. Aber wenn ein Steuervergehen bekannt wird, sind die Strafen drakonisch. Also lassen Sie es nicht darauf ankommen, hier eine falsche Besteuerung anzuwenden und dann hinterher bei Ihrer Einreise in San Francisco, in Los Angeles, Miami oder wo auch immer Sie vielleicht mal in die USA reisen, dann direkt die Handschellen knacken und Sie dort in Untersuchungshaft kommen. Also Steuer beachten, das ist mein vierter Punkt beim internationalen Vertrieb. Der fünfte Punkt, da hatten wir jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, das sind Währungen. Denn wenn Sie zum Beispiel in die Schweiz liefern und in Euro faktorieren wollen, ist das ein bisschen ungünstig. Denn die Schweizer haben eben Schweizer Franken und die möchten natürlich ihre Preise in Schweizer Franken sehen. Die Sage ist grundsätzlich mehrwährungsfähig. Also grundsätzlich könnten Sie weitere Währungen dort anlegen und mit der neuesten Version sogar automatisch aktuell halten. Nur trotzdem sollten Sie sich natürlich überlegen, wie wollen Sie denn die Währung in dem jeweiligen Land abbilden. Eine Möglichkeit ist, dass Sie einfach den Kurs einer Fremdwährung in Ihrem Shop hinterlegen. Die meisten Shop-Systeme können das. Sie hinterlegen also zum Beispiel den Umrechnungskurs von Euro zu Schweizer Franken mit 1,05. Und dann wird der Preis, den Sie in Deutschland in Ihren Shop laden, mal 1,05 genommen und ist dann eben 1 Euro, ist eben 1 Franken und 5 Rappen. Das funktioniert, hat aber die Konsequenz, dass Sie in dem jeweiligen Land dann unrunde Preise haben. Also nicht 9,90 Euro oder beziehungsweise 9,90 Euro sind dann eben 10 Franken und 13. Und um das zu vermeiden, können Sie, und das geht auch in der Sage, eine weitere Preisliste oder mehrere Preislisten in den jeweiligen Währungen anlegen und dort runde Preise rechnen. Und dann eventuell auch die Gebühren mit einkalkulieren, diese bezahlen und zum Beispiel Fremdwährungen wieder in Euro zu transferieren. Also meine Empfehlung wäre an der Stelle wirklich mehrere Preislisten in jeder Währung zu machen und diese Preislisten dem jeweiligen Land zuzuordnen. Das geht bei vielen Shop-Systemen gerade nicht, aber einige können das. Und wenn Sie international unterwegs sind, sollten Sie sich eben für ein Shop-System entscheiden, das dieses Währungshandling eben sauber abbilden kann und auch dann geografisch ermittelt, in welchem Land befindet sich der Kunde, welche Preisliste und welche Währung ist für ihn eben jetzt gerade die gültige. Also Währung ist der Punkt, ist der letzte und fünfte Punkt heute in diesem Video, auf die Sie achten sollten, wenn Sie international verkaufen. Also achten Sie vor allem darauf, dass Sie nicht ins Gefängnis wandern oder mit Bußgeldern oder Strafen versehen werden. Die erstgenannten Punkte sind tatsächlich die wichtigsten. Die Punkte wie zum Beispiel Währung und Preisfindung, das ist mehr ein strategisches Thema, das kann man freigestalten. Die Rechtsprechung kann man eben nicht freigestalten. Wenn Sie das Thema interessiert und Sie vielleicht vor einer Internationalisierung Ihres Shops oder Ihrer Sage 100 stehen, dann habe ich diese Punkte und noch ein paar Ergänzungen dazu in einer Checkliste zusammengestellt. Die Checkliste schicken wir Ihnen gerne zu. In der Videobeschreibung finden Sie einen Link, um die anzufordern. Und ansonsten, wenn Sie Fragen haben oder mal unsere Multi-Shop-Schnittstelle sehen möchten, wie die mit Fremdwährung und internationalem Handling umgeht, also mit internationalem Versand umgeht, dann melden Sie sich sehr gerne. Auch einen Link zur Terminvereinbarung werden wir in der Videobeschreibung dann platzieren, sodass Sie sehr einfach mit uns Kontakt aufnehmen können. Und wie ich eingangs gesagt habe, wenn Sie solche Themen interessieren, abonnieren Sie den Kanal, geben Sie dem Video ein Like und schreiben Sie Ihre Fragen gerne in die Kommentare. Ich werde die alle beantworten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Sage 100, mit Ihrem Shop, mit Ihrer Internationalisierung, wenn Sie es vorhaben und freue mich, Sie in einem der nächsten Videos wieder zu sehen. Bis dann, Ihr Ralf Armposter.